Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Obscure. Beim letzten Mal haben wir Stan gefunden, der seine Noten verbessern wollte. Der hat sich da irgendwie in einen Skull-PC eingehackt und den spielen wir jetzt auch. Und es ist Places Review Room. Ja, haben wir hier einen Lichtschalter. Allmählich erkenne ich das Problem dieses Spiels. Weil wir haben nämlich Unmengen von Charakteren und zu wenig Sachen zum Heilen. Und ich glaube, ich werde demnächst alleine weiterlaufen, weil ich habe so schon Probleme mit den Monstern. Und da habe ich keine Zeit noch, auf irgendwelche KI-Einheiten aufzupassen. Ich habe natürlich noch die Hoffnung, dass sich die Charaktere nach einer Zeit lang heilen. Aber, naja. Lass uns einfach mal hier weiter investigaten. Hier haben wir noch Sticky... Sticky Tape? Das ist ein Sticky... Achso, hier. Ja, vielleicht sollten wir mal gucken, ob wir irgendwas mal miteinander kombinieren können. Hä? Es ist ein komplett Rusty-Chain-Broken-Dist-Door. Hau, keiner. Nee. Hat keinen Sinn. Okay. Dann... müssen wir wieder zurück in... Ey, diese Geräuschkulisse, die macht mich so fertig. Ohne Scheiß. Äh... Ja... Ich mag nicht mehr. Shannon, bitte tröste mich. Ah, Gott! Alter, fuck you. Fuck you, Alter. Und das Spiel läuft schon wieder in Slow-Mo. Alter, mach bloß, dass du da wegkommst. Ist das ein Bug? Ach, egal. Ich will es gar nicht wissen, Mann. Alter. Gut, dass es uns nicht verfolgt. Scheiße, ey. Boah. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal hier zurück. Hier war doch der Ort, wo die anderen beiden sind, oder? Ja. Hä? Äh? Alter, wie... Wie... Sie hat sich selbstständig gemacht. Wie kommst du jetzt hier? Geht's dir schon mal besser jetzt? Nein. Mist. Mist. Okay. Ja, wir könnten ja in meinen Hotelraum gehen und... Na! Nein, ich geh dir mal mit Shannon. Ähm... Genau. Ihr bleibt mal alle hier. Und ich... Geh dann mal... Wieder... Auf Tour. Ah. Zwischenfazit. Ich find das Spiel richtig Hammer. Nur wie gesagt, was... Was das Let's Play an sich jetzt angeht. Ich kenn ja das Spiel nicht. Es ist wirklich... Hier kann ich momentan leider keine Witze reißen, weil das ist echt... Das macht mich ein bisschen fertig grad. Wenn das Monster da schon wieder... Das gefällt mir gar nicht. Bist du dir da sicher? Okay, na wenn er das so sagt, dann hol mir die alte nochmal wieder. Wieso, wieso sagt ihr das nicht, wenn sie dabei ist? Ach, mein Gott, Shannon, komm mal her, bewegt dein Arsch hier, verdammt. Ich laufe da schon so stocken, man. Du könntest mir ruhig entgegenkommen. Was macht die da? Ah, egal. Komm mal mit. Ja, das Thema hatten wir schon. Aber du sollst ja auch mit Josh zusammenkommen und nicht mit Stan. Und auch nicht mit Cartman. Und so. Naja. Hoffentlich bringst du mir jetzt auch was. Dieser... Buggy-Weg geht mir nämlich ein bisschen auf den Sack. Wie wird das dann später bei epischen Bots-Fights werden, ey, wenn das Spiel stockt? Okay. Hilfe! Ähm... Ach ja, das Thema hatten wir ja schon. Wie kommen wir da nochmal hin? Ich denke mal, da hat genau klar, da haben wir ja die Flucht ergriffen, ne? Okay, danke für den Tipp. Ich bring mich mal wieder zurück zu den anderen. Und ich hab... Alter, sie hat sich in Luft aufgelöst. Egal. Naja. Kannst du ja derweile ein bisschen Basketball spielen oder mit Josh. Naja. Äh. So. I won't budge. Ja, ja. Also... Müssen wir jetzt an dem Vieh vorbei? Habe ich das richtig verstanden? Wir könnten natürlich auch... Oder können wir einmal rumlaufen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Boah. Ich dachte schon, ja, das wäre in demselben Spruch raus. Das wäre es jetzt gewesen. Äh. Ne, hier war ich da noch gar nicht, oder? Äh? Hä? Jetzt sind wir da. Äh. Ich hab keine Ahnung. Ist das so fucking riesig? Aber gut, wer hätt's denn da anders erwartet? Dachte ich dir, das wäre eine Drei-Zimmer-Wohnung oder was? Hahaha. Lalalalala. Es wird immer buggyer. Verstehe ich nicht unbedingt, hier passt sie doch gar nicht so viel. Aber das liegt wahrscheinlich einfach am Spiel. Das passt nicht mit dem Emulator zusammen. Aber okay. Kann ich mit leben. Ich hoffe, jede auch. Also. Wow. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Äh. Ich mag Schule nicht. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Mann, was hat denn das jetzt gebracht? Dormitory. Ich... Äh, what the fuck? Wenn jetzt hier rüber springen können, das würden wir uns noch ein bisschen Weg sparen, aber... Na gut, dann eben nicht. Also wir müssen doch jetzt unten rein ins Administration Building, ne? Und dann nach links. Wobei, nein, das wäre ja vollkommener Blödsinn. Wir müssen einfach dahin, wo wir eben waren. Das kann doch nicht so schwer sein. Mein Gott, so viel... So wenig Orientierung kann ich doch gar nicht haben. Runter. Hier, runter, ne? Ja. Glaube ich zumindest. Wie sieht's denn aus? Habt ihr euch schon geheilt? Nein. Fuck, ey. Vielleicht gibt's ja irgendwelche Betten oder so. Wo die sich ausruhen können. Hier. Da kommen wir da hin. Und dann... Ne, wir müssen ja... Nö, 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 nö. Da, genau da, verdammt. Ah! Hier rein. Genau. Da ist dieses... Was ist denn das hier? Sieht voll komisch aus. Auf jeden Fall ist hier ne... Ist hier... Ist das ne Waffe? Ne, ein Aluminium Base Base Schläger, hey. Äh, ich laufe einfach mal ganz kontert hier vorbei. Au, 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 au. Ist ja nicht so, als ob mir irgendwas passieren würde. Okay. Hier? Nein. Hier? Okay. Ich hoffe, das war der richtige Raum. Oh, Gott. Oh, Gott. Geil. To select a gun. Kommt nochmal dasselbe Tutorials hier, oder was? Ja. Press to log into target. Press X. Ja, das haben wir doch am Anfang schon gelernt. Sag mal, oh mein Gott, der wird manches Zeug somit ja einfach... Ein, irgendwas zu sagen. Ja, ist okay. Ich will jetzt aber nicht schießen. Oder... Okay. Das war also... You can change your target using... Okay. Schön. Ähm, ja. Müssen wir aber jetzt nicht unbedingt gleich... Ey, Taschenlaube. Wow. Dann wissen wir, was wir jetzt zu tun haben. Wie ging das nochmal? Das... Tape the lamp to the... Tape the lamp to the... Tape the lamp to the... Na, wie ging denn das? Tape the lamp to the... Pistole. So. Jawoll. Awesome stuff. Gut. Dann... Müssen wir aber noch ein bisschen weiterlaufen, weil das war, glaube ich, nicht richtig. Richtig. Sie müssen ja hier zu diesem... Freak da gehen, wie immer das noch ist. Oh, ja, na, das ist na... Ja, genau. Dieser verdammte... Äh... Sind wir wieder hier? Ja. Ich muss sagen, die Boss... Äh, die... Die Musik von dem Monster versorgt gerade ein bisschen die Atmosphäre, finde ich. Äh, ja, genau. Voll Buggy und so. Ah, das heißt, wir müssen die jetzt wieder austricksen. Irgendwie an denen vorbeilaufen. Ich hab keinen Bock, die ganzen, ähm... Magazinen jetzt hier schon zu verbannen. Die werden jetzt wahrscheinlich wieder irgendwas denken wie... Hey, das ist so beabsichtigt, aber... Ich will es ehrlich gesagt nicht machen. Ich kenne sie jetzt einfach aus. Ich hoffe, ihr bringt mich nicht um. Oh Gott. Okay, das war das, war ein Fail. So, jetzt aber hier. So, nein, 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 no-astein. Oh, la, 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 la. War doch jetzt gar nicht so schwer, oder? So, hier rein, eventuell. Hallo Äh, ja Wurde schon irgendwie stimmen Hoffe ich mal Hier waren wir auch, ne, aber da bin ich, glaube ich, umgekehrt Ach, ne Äh, ich hab ne Idee Aber er zielt nicht dahin Also, wenn er nicht dahin zielt, dann Will ich das auch nicht ausprobieren, das ist mir zu unpräzise Tja, brauchen wir wahrscheinlich doch einen Schlüssel, oder? Oder was meint ihr? Stimmt jetzt ab, unter Facebook Oder Twitter Oder Yappi Äh, natürlich, man, du bist so unfair Du bist so unfair, Dude Wie geht's eigentlich den anderen? Ich mein, die wären jetzt wirklich Angriffen wären, dass wir ein bisschen Ne, da kann ich nicht Hallo Ist wohl hierherkommen Nein, lass das Wow, wow, Bewegung, Bewegung, Renn, 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 nein Lass mich ruhig, ist auch, drink, ist auch, drink Oder auch nicht oder auch Geh mal hier rein sie doch genauso aus oder ist das jetzt dieselbe tür bin ich bin ich echt so alter kein kommentar kein kommentar so mal hier gar nix nur die totale darkness und die verdammten soundbugs und jetzt kommt natürlich wieder von rechts ja genau lass mich in ruhe verdammt nein so schlimm ist das hier ja nicht hey ich glaube da geht's lang energy drink juhu i went he went to through this hole ja james an allein fragezeichen nein okay er war ja auch mal lehrer jetzt ist die gt was soll ist die gt screw driver mal zwei städte machst du das wichtig dass ich den zweimal zweimal schraubenzieher verstehe ich nicht hier können wir auf jeden fall noch mal speichern ja aber kannst du denn nicht hinterher springen nicht schade ja was soll ich denn jetzt hier machen noch richtig oder nicht anscheinend ja nicht das ist ja auch noch eine tür also von daher passt das das ist nicht dein fucking ernst oder nicht dein fucking ernst vier monster alter scheiße was habt ihr für probleme ich habe doch gar nicht hart eingestellt oder konnte er wie er es war nein 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 lass los ok aber trotzdem Das ist zu heavy, Alter. Das ist zu heavy. Das ist zu heavy. Alter. Geht doch mal sterben. Geht auch einfach mal sterben. Alter. Ja, lernt doch mal schnell nach. Alter, scheiße. Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist einfach... Das ist zu heavy, man. Das ist echt... Ey, Alter. Nee, ich... Ich weiß, ihr solltet vielleicht mal auch was Sinnvolleres. Aber das Spiel macht mich grad einfach nur fertig. Sorry, aber... Das ist ja unglaublich. Mann. Was sind das hier noch für ein Mistfehler? Alter, Speicher-CDs. Ach, guck mal hier. Ah. Ja. Ich glaub, der hängt da irgendwie fest. Na gut, dann... Müssen wir das jetzt auch nicht... Ja, wir können ihn doch mit dem Dings... Genau so. Ich meine, so können wir die wahrscheinlich leichter töten, als wenn wir draufschießen. Äh, was? Ach nee, verstehe. So können wir so schwächen. Okay, ich stirb. Stirb. Mein Gott, äh. Krank. Krank. Hä? Kranke Scheiße. Was hat er denn jetzt? Hat er irgendwas eingesammelt? Alter, nee. It's a ball of acid. We can't carry it. Wieso können wir die nicht tragen? Wir haben noch Platz. Komisch. Naja. Von mir aus. I don't understand any of these equations. Nicht, dass wir für alles und jeden eine bestimmte Figur brauchen, Alter. Äh. Mal hier hin. Hier ist ja gar nichts weiter, oder? Wir sind schon wieder fast am Verricken, ey. Nein, wir sind immer noch nicht da, wo wir hingehen sollen. Gehen wir einfach mal hier raus. Wow. Heiße. Nein, Sackkasse. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich hab die falsche... Ich... Die Kamera fährt, die ist kacke, Mann. Schwäch ihn, schwäch ihn. Schwäch ihn. Hä? Alter. Alter, Alter. Alter, lass mich durch. Alter, lass mich durch. Alter, lass mich durch. Äh. Alter. 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 Alter, verpiss dich. Scheiße. Äh. Ähm. Ähm. Leute. Ich will nur sagen... Wir haben den ersten Charakter verloren. Und... Ich glaube, er hat seine scheiß Drinks auch mit in die Hölle genommen. Verdammt. 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 Scheiße. Ja. Ich würde sagen... Das war's heute mit Let's Play Obscure. Ich wollte eigentlich, dass keiner stirbt, aber... Tja. Bis zum nächsten Mal. Hähler. Vielen Dank.